4. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Bratapfel von Fritz und Emily Kögel Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet, hört, wie's knallt und zischt, bald wird er aufgetischt, der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der gelb-roter Apfel. Kinder, lauft schneller, holt einen Teller, holt eine Gabel, sperrt auf den Schnabel für den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den goldbraunen Apfel. Sie pusten und pusten, sie gucken und schlucken, sie schnalzen und schmecken, sie lecken und schlecken den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Apfel. Ende von der Bratapfel Aufgenommen von Patrick Wallace, London